Wenn du nicht wählen gehst, vergibst du grundsätzlich deine Chance mitzubestimmen, wo es politisch lang gehen soll. Zudem profitieren alle Parteien von den NichtwählerInnen. So können sie nämlich mit weniger Stimmen mehr Prozente erreichen. Wenn alle Wahlberechtigten in Deutschland wählen gehen, muss eine Partei 5% von ihnen für sich gewinnen, um im Parlament zu landen. Wenn aber nur die Hälfte tatsächlich wählt, reichen bereits 2,5% aller Wahlberechtigten. Indem du nicht wählen gehst, gibst du also den Stimmen der anderen WählerInnen mehr politisches Gewicht. Deswegen gilt, wer wählt, zählt.